hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von hearts of iron 4 resistance mit dem vereinigten königreich wir wollen mehr sehen ohne mal zu gewinnen jetzt bleibt sich noch passend dann abonniert doch meinen kanal so wir schauen gleich mal nach irland das einladen was fehlt da eigentlich noch dazu okay 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 wir lassen gleich mal vollgas rennen okay was haben wir hier 18 hier haben sie es hoffentlich auch bald mal und ihr braucht auch noch unterstützung da unten kriegt ihr auch kommt noch mal fünf divisionen dazu hier verstärken wir jeweils artilleries durch so dann gehen wir hier weiter was ist das in produktion der böse wüstensand und sein verschleiß flackes maximum das stimmt ach die kleine radar so beschützen den suez und wir tun jetzt mal tabel festigen was hier drüben muss es sein mal tabel festigen ja geht ja gar nicht so nehmen wir eine weg dann geht es in die motorisiert wenigstens rein auch eine weg stecken wir hier rein so den hast du dann noch drei dazu für die inventory so ihr seid am schiff reklauen gut so ah nicht genügend ausrüstung zur ausbildung verdammt mensch ja geht mal vollgas machen wir gleich mal zwei weg geht das da ein bisschen schneller so jetzt ziehen wir uns dann nämlich zurück aus dem flotten abkommen so man stärker du gehst richtig weit im keller sehr gut verkauf ist beendet und hier jetzt ist es soweit wir ziehen uns zurück alles ist aufgehoben so so production das können wir bauen so viel wir wollen produktions kommen produktionskosten was haben wir hier unten liegen über den vereinigten staaten damit ok jawohl jetzt ist es endlich frei sehr gut schwere batterie schwere batterie kommst hier rein wir haben flack mit dabei flack geht weiter okay vor leid passt so radar schwere flug flack 2 flack 2 passt 222 schiff 2 Sekundärbatterie Sichtbarkeit 18 Panzerung geht runter Okay Ja, bleibt bei dem 23, können wir uns leisten Sehr gut, nutzen wir Gehen wir hoch Bauen 3 Boah, echt jetzt Okay Ihr seid Ewald fertig Mach mal das so Okay, ihr zwei seid Passt soweit Das ist sehr schön Home Command passt auch Ihr drei PST runter Denn ihr werdet bei ihm Eingegliedert Chiffre 13 Tage Entschlüsselung Nehmen wir die noch mit Nein, noch nicht Nehmen die mal mit Nehmen die mal mit Malta befestigt Heimatverteidigung Ganz recht Heimatverteidigung Noch ein bisschen was dazu Befestigungen So So Du Gehst hier mit dazu Und der andere Und du Gehst Hier dazu Seid ihr da genug Die letzte Handvoll Bekommt hier unten noch Ihren Einsatz Und hier setzen wir Ah, Zypern Lassen wir es für erst mal Ja, nicht zugewiesene Divisionen I know it So Nur freiwillige Nein Umfangreich Umfangreich Wäre eigentlich Wäre eigentlich mein Ziel dafür Aber mal gucken Ähm Forschungsgeschwindigkeit Selbstverständlich Der eine Tanzer Der ist auch bald fertig In der Forschung Fünf Tage Zwei Tage Ein Tag Pow Jawohl So Der ist durch Das passt auch so So Luftdoktrin Macht man natürlich weiter So Schön ruhig Schade Was haben wir hier Ach, der leichte Panzer Ja Die sind schon Der passt Ich hab ja Zeit Ich hab ja wirklich Zeit Ich kann ja jetzt Auffrischen Was geht Irgendwas Fehlen sollte Was bist du Kreuzer Ja So Wurde ich geändert So Da ändern wir alles Jetzt nehmen wir auch Du bist schon voll Aufgerüstet Flugzeug Träger Du Hangar Ja Ist komplett Okay Haben wir Radar Da haben wir Flugabwehr So Nochmal Flugabwehr Die zweite Radar Nehmen wir für ein 8er mit Passt So Minenkriegsführung Minen legen Bekommst einen Läger Sonar Sonar Radar Flack bekommst du mehr Das Geschütz bekommst du Was machen wir hier Was machen wir hier Nochmal Minen Jawohl Setzen wir ein Passt Können sie sich hier Austoben Gut So Wie schaut es hier aus Ist Richtig schön Im Bau Passt Nehmen wir so mit Oh der Chamberlain Musst es denn sein Kriegsunterstützung Jawohl Da haben wir es doch Oh Endlich Die vierte Internationale So Ihr seid durch Fertig Ja sehr schön Gut Die Entschlüsseln wir die Chiffre Und ihr zwei Was machen wir denn da Na ich glaube ich weiß was ich mit euch mache In Italien könnt ihr hier die Armee infiltrieren Du Und du Habe reiten Habe reitet Läuft Gut Kriegen wir wieder ein bisschen Bonus dafür So Radar ist durch Passt Gut Schauen wir mal wie schnell es jetzt dauert Bum 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 Mhmmm 100% Nehmen wir auch gleich mit So Kriegsziel Deutschland beansprucht das Memelland da stimmt Es ist auch so Werften fertig Wie viel denn eine Okay So Wasch das hier Sehr gut Schauen wir mal dass du noch ein paar dazu bekommst Ansonsten Du Voll Und Waterbomb Hier auch noch Rotabwehr Yes Stuhl dazu Hier machen wir eins Hier machen wir eins Und hier machen wir Boah Weiß was ich Viele Wasch auch zu gebaumt dafür Passt Weiter Erkrankt Oh Was ist denn los mit dir Sehr furchtbar Gut Kriegen wir hier Ja Kriegen wir Gut Kosten 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 Ich brauche hier hinten aber Ich brauche die Die Mannstärke Ich kann aber auch erst auf begrenzt gehen Ich glaube das mache ich auch Plus ein Prozent Besser als nichts nicht So mal schauen was passiert Nicht viel Schlecht Heimatverteidigung ist durch Und die Gasmasken Gehen wir aus Hier Nochmal Stabilität Kriegsunterstützung Gucken wir Dass wir die Toasterwirtschaft Wegbekommen Ja Da ist doch schon der erste Sprung Sehr gut Sehr gut So Du Einzelner Geh auf deine Verwunschene Insel Sehr gut So Bis zu 100 Tage dauert Das So die stehen Alleine da Das München Abkommen Yes 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 So Sondergesandte bekommen die So hier kann man Nichts machen Bei dir irgendwas Nein Nein Okay So du noch So viel frei oder was Gibt es doch Achso Ist abgezogen worden Weiß doch gar nicht welches Schiff wir bauen Keine Ahnung So Hier vier Auch hier runter Und ihm angegliedert Sehr gut Sehr gut Sehr gut So So die kann ich auswechseln Leichter Panzer 2 Feindnisstaaten springen strenge Warnung aus Möchten lieber nicht herausfinden was diese Maßnahmen sind Leicht zu schaffender Bluff So was haben wir denn Die amerikanische Botschaft um unser Land Hat heute die Neville Chamberlain Diplomatische Note von seiner Regierung überbracht Sie Beobachten wir unsere Flotten auf Vorstummen in großer Sorge und warnen unsere Marine nun als die stabilisierenden Faktor in der Region Sollen wir unser Flottenprogramm vorsetzen Hieße es in der Not Während dieser amerikanische Regierung Zirksfung alle Maßnahmen in Erwägung zu sehen So Ein leicht zu durchschauender Bluff Das war nicht die König Weiß Warnung zurück Kriegst du Beide gegen Oh okay So die Gasmasken sind da Bande des Commonwealth Bande, Bande, Bande hier Unsere schönen Freunde Weiter unterstützen So wir schauen mal noch schnell nach amerika Wie es ausschaut Mit den Beziehungen hier Das Bündnis einladen Negativ Ja passt schon Gut War es das wieder hier Sind wir ein Stück weiter vorangekommen Bald Januar 39 Dann geht es schon bald los in den Krieg Und dann sage ich an dieser Stelle wieder Danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Servus